Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play God of War... Das sind so unwürdige Katzen, die man nicht überspringt. Wie wisst uns das dann oft? Oh nein, das wussten wir aber nicht, dass wir da... Oh Gott, das wusste ich nicht. Aber ich kenne nicht, der das wirklich... Dies ist die letzte Ruhestätte von Ares. Den gefallenen Krimsgauzen. Das ist immer noch eine Ares. Wie geil das Signal der... A, schuss mache ich. Ja, sind die... Das ist auch noch ein Nachteil des... ...sie ist das auch... ...dein gleicher Zielen. Ja, schnell, 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 schnell! ...Schnell, schnell, 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 schnell! Hopp! Hallo, Leute, fürchte Fahrzeuge. Oh Gott, wenn ich jetzt... Oh, das ist... Hallo, ey. Äh, Geld. Geld, Orbs. Geld. Was, soll ich abspucken, oder soll ich... Oh Gott, boah. Da ist sie nicht so viel. Oh, Heiliger, wie kann kein Kaugeln mehr essen? Was für ein totales Pferd. Ich würde mich nicht auf den Auge haben. Auf. Und runter. Was, was, was? Ich weiß, ich bin ziemlich hoch. Ich weiß, dass ich hier ziemlich hoch gesiebt habe. Ich weiß, dass ich hier ziemlich hoch gesiebt habe. Weil aufhören würde ich noch mal ein. Ist das zu schön? Ha 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 Woff 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 Bastard Woff Woff Was ist das? Geh her. Da ist der Arm. Was ist das? Oh Gott, das ist ein Sput-Megade. Jetzt kommt der Feuer mit aus. Hier. Stopp. Ich bin ja auch wieder auf Was war das? Ich glaube er... Ah, ok, passt Mach ich mal raus! Ja, für was war das denn da? Ich krieg die, ich benutze deinen Namen Ich bin ja auch wieder Die Geier ist sehr erschöpft. Aua. Seht ihr dieses Loch hier? Das sieht ja mal heftig aus. Und rein in die Geier. Wir sind die Geier. So genau wollte ich es jetzt nur wissen. Jetzt ist es wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Der Anfang ist ja was so schnell bewegt. Die lassen mich nicht mal lesen. So schnell lest doch kein Mensch. Liest. 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 Geiers Herz. Ich würde aber ein großes Herz. Wow. So. Wir gehen erstmal darauf. Denn hier gibt es so schönes. Das will ich euch zeigen. Alles gesammelt. Aber hier zum Beispiel. Ah Zeus Adler. Ein Wettbewerber Besitz von Zeus schließen sie das Spiel ab. Um diesen Gegend zu benutzen. Kein Flammes der damit meint. Die Gegend abschließen. Sie sieht man auch. So es war. Was mal rein gemacht hat. Weil er ist ein. Geier. Er hat ja in Geier gelegen glaube ich. Dann hat er die getan. Und dann im. the ökert. Eifers. João auf. Einmal kurzer Erklärung für die Leute. Die hat die Zeit. Was wir sind unverständlich. Es war. Die sind sind. Nh since sie sind ja. Die Dritte Teil crypto. Meister zweitbar. Wie er so war so. Das war so. Dass das mit der Geschichte und soll statt. was er ist der dritte zog er hat uns da er ist gut weil er geht nicht genau vor da muss man schon dumm sein das ist das ist auf mich immer an zu befummeln mann mehr so schwein mehr so schwein hey hey ich wollte mich jetzt auf eine Einstrecke und den Dämonen machen ja ich bin ich bin schwein das es ist 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 es schwein Lass mir sterbliche, einem Gott des Olymps! Ein Vaterkrieger versteckt sich nicht, Poseidon! Steig aus dem Meer und kämpfe! Du hast dich den Göttern zum letzten Mal widersetzt, Kratos! Zeit gegen Poseidon zu kämpfen! Was? Was hast du denn gesagt? Was ist das denn? Oh, die Zappen sind nicht mehr. Der Krap ist eigentlich ziemlich viel jetzt. Kratos, schwing auf meine Hand! Alles okay. Oh, jetzt können wir die ganze Gesichter haben. Das ist ein wenig. Sobald, was für keine Ausgangssindustrie ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn, was ist das denn? Stimmt, ich hab mich nicht weggebracht. Was ist das denn colored? Ist das wirklich cool? WTF, was haben wir jetzt gemacht? Das ist ein totales Wasser. Oh Gott! Du gehst scheitern! Ich glaube, ich bin hier. Äh, fehlt hier. Wie wird das halt noch? Ich wollte nicht nur die Tür drin. Also, sind wir schon so? Oh Gott! Oh, wasser? Das ist gut, wasser? Ow! Oh! Und haltet die Bühne, die für sie zu sehen. Bäh! Bäh! Das war's für heute. Oh, der hat sich da denn so gebraucht. Jetzt ist er frei. Was ist das denn? Ganz egal, wie viele Götter fallen, es wird immer einen geben, der sich gegen dich stellen wird. Auch sie werden alle fallen. Der Tod des Olympus bedeutet den Tod für uns alle. Dann sieh selbst dem Tod ins Auge, Poseidon. Gut gesagt, Graf. Noch mal nach dem Tod. Noch mal. . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ciao Leute, bis gleich!